Na toll, jetzt kann ich den ganzen Raum wieder von vorne beginnen. Yay! Mir fällt übrigens auf, ich habe die falsche... Das falsche Vitra drin. Ich muss Vigra einsetzen, wenn ich es ja schon habe. So, Vigra. Eingesetzt, schön. So, das ist ja schon. Ja, also, momentan so viel kann geben, ehrlich gesagt, nichts sachen. So langsam beginnt die Testphase dann wieder im Studium, muss ich also noch ein bisschen lernen. Für den Test übermorgen wäre es schön, wenn ich da noch ein bisschen lernen kann. Ich glaube, ich habe noch das falsche Schwert ausgerüstet. Ja, das ist definitiv das falsche Schwert. Eigentlich, zumindest was den Angriff anbelangt. Ne, gut, ich lasse es drin. Passt so. Mas ich habe noch das Alpe. Welche Blondin´s haben wir in Usual? Ja, bitte! Das war auch so. Werblich ist nur ein Tier. Das ist keine Mind- und Erinnerung. Ja, ich kann sagen, dass wir das Alpe Edge führen können. Nehmt das! Ist dann auch wieder so die ersten Filme so gut. Also, letztes Mal war ich da. So. So. Soll wohl blind sein. Bin ich jetzt halb so wild? Obwohl schon ein bisschen Weitsicht fehlt. So. So. Die Linkverbindung mit dem Schneckerich haben wir auch bald. Glühschnecke ist blau. Das heisst also, Wellenreiter wäre der richtige Befehl. Zum sich verbinden. So. Muss ich dann irgendwann mal machen. Aber noch nicht jetzt. So. Zuerst mal die Kästchen hier. Ja. So. 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 Und wieder zurücklaufen. Also versuchen wir es mal. Ja, Treffen wäre hier vielleicht noch die Sache. Ich treffe einfach nichts. Na toll. Nein! Verdammt nochmal, nein! Ich kann es nicht ohne heilen. Es geht nicht ohne heilen. Ich bin zu blöd dafür. Das nervt. Warum darf ich jetzt den ganzen Mist nochmal machen hier? Gegen an sich sind sie ja nicht unbedingt schwer, aber ich stelle mich einfach richtig blöd an. Natürlich ein super Zeugnis für mich. Peinlich ein bisschen. Ja, Toten Hauspeilen würde ich sagen. Noch nicht. Nein! Ja, hat ja doch noch geklappt. Ich muss diese Kommandos wirklich häufiger ausführen. Auch wenn es mir nicht passt. Damit kann ich wirklich einen Haufen töten. Ja, ich muss diese Kommandos nicht mehr ausführen. Ich muss diese Kommandos nicht mehr ausführen. Oh, so weiter geht's. Ich muss diese Kommandos nicht mehr ausführen. So, endlich. Sollte ich eigentlich ja schon machen hier. So, neuer Versuch. Diesmal versuch ich's weg nochmal. Und wenn es dann nicht klappt, dann höre ich auf. Dann lasse ich's sein mit dem Spezialziel. Vielleicht muss ich auch zuerst die Kuma Pandas ausschalten. Und erst dann diese Fledermausdinger. So. 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 Auf den Kuma Panda. Pff, Entschuldigung. So. Das darf ich einsetzen. So. Das darf ich einsetzen. So. Da gibt's niemanden zum Schmeissen. Schade. Aber zum Bonusverfolg jetzt endlich geholt. Also. Geht doch, verdammte Scheisse. Geht doch, verdammte Scheisse. Geht doch, verdammte Scheisse. 10 SP verstöhnt Einwählung und Königskuchen. Meine Güte. Was war das denn so schwer? Und auch eine Verbindung schon mit diesem Schneck eingegangen. Das heisst, ich kann Trotzkopf schon relativ bald lernen. So. Hat nichts gebracht. Kann es wohl hier nicht einsetzen. Wollt ihr da hin? Nein. Dann weiter. Irgendwas ist da. Moment. Jetzt bin ich wieder am Anfang gelandet. Mehr oder weniger. Ja, ist da also nichts. Gut. Dann kann ich weiter gehen. Ja, jetzt bin ich richtig. So. So. Geht doch. Bam. So, das war jetzt schon mal ein Speicherpunkt. Sehr schön. Kann doch gar nicht so groß ausreichen. Ja. So. 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 Wie. Jetzt kommen. So. So. Skech. So00. So. Das ist so schön, dich zu treffen. Ich bin Rhyme. Riku, richtig? Sorry, mein Partner ist actin' wie ein Dupus. Ich bin nicht! Du musst immer aufhören und... und garnischen meine Reputation! Seit wann? Du verbringst diese Brücke all bei dir selbst. Niemand kann seine Reputation aufbauen, indem er die anderen zu reduzieren. Yo, Riku! Du musst da sitzen da und sie in meine Grill? Entschuldigung, es ist nur... Sie zwei sind aus der gleiche Brücke. Ich bin nicht aus dem Brücke. Feet sieht und spricht wie ein Punk, aber da ist ein Herz von Gold in da irgendwoher. Ja, er hat mich durchgeführt, also ich weiß, was du sagst. Da, sieht's? Ich bin ein... Rhyme! Du hast einfach nur mich ein Punk wiedergebracht. Huh? Ha, die haben mich einfach mal nicht beachtet. LOL! So, ähm... Weil ich so genau mit den Zielen bin. Was er immer genau haben möchte. Oh, der fliegt ja weit. Da oben. Hey, darf ich auch mal angreifen? Arschgeige. Ja, eigentlich sollte ich ja dem Albtraum folgen. Ich hab mir jetzt ein bisschen Arsch... Alter, ich hab ja keiner in den Angriff setzen hier. Jetzt reicht's mir. Scheißkerl. Das Ziel ist echt dreckig hier. Lass mich raten, du bist ein Gegner. Nö, die hab ich wohl tatsächlich nicht gesehen. Du bist wirklich? Da solltest du in den Angriffen gehen. Okay. Tworkant. Dringlich. eyelashes auf Ihre Etauが Republicine. Das ist nicht so ab! Vielen Dank.